Er hat dann seine Leistungsgrenzen angelangt. So, hier haben wir diesen Nissan, den wir als Partner überholen. So, bisschen Sonne der Schatten ist irritiert irgendwie ein bisschen. So, hier bremsen wir uns mal ein bisschen früher rein. So, das sieht doch schon mal recht gut aus. Jetzt die dritte Anzeige bei diesem Fit RS links unten, die ist mir ein bisschen zu wenig oder zu...